Das hat nämlich den Sinn, dass die Hefe dann mit dem Mehl schön gleichmäßig vermengt wird. Dass nicht irgendwo ein kleiner Klumpen drinnen ist und dann zu viel Hefe drinnen ist und auf der anderen Seite keine Hefe. Wie man quicks up the yeast with water, we use it as transporter to bring yeast over here. So there are no lumps with yeast, but there is no yeast. So, dann lasst sie den Herbst.